Ach, wir können gar keine Station übernehmen, oder wie? Ich dachte, wir können das. Ach, schade. Dann frage ich mich trotzdem, was genau wir denn jetzt machen müssen für das letzte Minikit. Na? Komm schon. Komm schon. Ach, Mann. Ich krieg dich noch. Schade. Ich dachte, wir müssen die Teile zerstören. Vielleicht die hier. So. Mann, ist echt etwas... Auch nicht etwas umständlich gemacht. Was müssen wir denn machen? Ein verdammtes fehlt uns noch. Ähm... So. Nein, ich... Wir können uns hier auch nichts kaufen. Und sonst haben wir auch nichts mehr zum Aktivieren, oder? Ups. Da ist auch nichts. Puh, das ist echt knifflig. Wenn ich jetzt nichts gleich finde, dann... Machen wir natürlich bei einem anderen Level weiter. Eins von fünf, doch! Das waren die. Hä? Aber was wäre jetzt der Unterschied daran? Ich wusste es doch. Wir müssen irgendwie diese Teile zerstören. Ich hab's doch gesagt. Ach, Mann. Komm schon, komm schon. Wo seid ihr? Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass hier noch welche auftauchen. Denton ist noch einer. Komm ran, komm ran, komm ran. So. Ah, komm schon. Nein. Nein. Oh, Mann, das ist... Das zählt jetzt wieder nicht, zum Beispiel. Ich muss die anscheinend bei einem Anlauf kriegen. Ach, Gott, nee. Ja. Also ist machbar, aber... Etwas umständlich. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass hier noch welche rumfliegen die ganze Zeit. Tut mir jetzt leid, dass wir so lange brauchen. Aber wenn wir das schaffen, dann kriegen wir das letzte Minikit. Und das ist mir viel wert. Ach, hier ist noch so ein Teil. Ah, da sind noch welche. Okay. Oder nur mit Anlauf. Ich weiß nicht ganz, wieso manche zählen, manche nicht. Aber das scheint ja zu funktionieren gerade. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Das hat jetzt zum Beispiel wieder nicht gezählt. Ich finde es schön, wie wir mit Darth Vader so ein Vieh reiten. Das ist eine schöne Vorstellung. Ach, da ist noch einer. Na, jetzt, komm schon. Nee, es zählt jetzt wieder nicht. Wieso hat das jetzt wieder gezählt? Warum, Spiel? Ich meine, wenn da eine bestimmte Logik hinter wäre. Aber anscheinend ist es egal, ob einer drauf sitzt. Es ist egal, ob ich den wegramme oder... Okay, wir haben es jetzt, aber... Sie verstehen den Sinn der... Achso, Entschuldigung, aber... Hä? Wenn da eine bestimmte Logik hinter ist, dann verstehe ich es hier gerade nicht. Wir haben nämlich bestimmt schon acht Stück weggerammt. So, ich brauche noch ein Fahrzeug. Wollte ich anmerken. Da sind welche. Ich werde jetzt mit meinem, äh... Renozeros oder was auch immer das ist... Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ihn nur ankratzen. Ja. So, jetzt. Gut. Jetzt können wir uns so ein Energieding holen. Genau. Und das war's. Ja. Das war schön. Das hat jetzt zugegebenermaßen etwas gedauert. Boah. Aber... Wir haben jetzt sehr viele Münzen. Und wir haben alle Minikits gefunden in einem Durchlauf. Das ist cool. It's a trap! Admiral Akbar. Ja, cool. Haha. Ach ja. Der Akbar. It's a trap! So, noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Jetzt haben wir... Oder? Kann ich richtig rechnen? Ja, jetzt haben wir genau die Hälfte aller goldenen Steine. Erst oder immerhin. Cool. Naja, wir müssen bedenken, dass uns in fast jedem Level noch der Variédi fehlt. Und den haben wir ja sofort. Gut, cool. Da freue ich mich. Coole Sache. Ähm... Der Freikauf haben wir jetzt eben gemacht. Genau. Dann machen wir jetzt am besten mal hier. Der Schatten der Mal... 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 Keine Ahnung. Das Schiff von Grievous eben. Ah, okay. So. Ich mag die Musik. Ach du heilige. Die Münzen holen wir uns natürlich. Das lohnt sich ja allemal. Ach du heilige. Hier kriegen wir schon ganz schön was zusammen. Ich habe hier am Ende mindestens 2 Millionen. Das sehe ich jetzt schon. Und wir haben den wahren Jedi. Tja, wer hätte damit gerechnet. Komm schon. So. Finde ich aber schön wie wir vorankommen. Klar in manchen Level brauche ich noch ein bisschen aber... Naja, 100% ist jetzt auch nicht gerade ein Sonntagsspaziergang. Aha. Äh. Das hat ja gut funktioniert. Was? Äh. Bitte was? Ja, das sah ja super aus. Äh. Achtung, du verlässt die Missionszone. Danke, Spiel. Das Ding hier ist anscheinend auch so eine Kanone. Ja, ist mir auch egal. Äh. Ah, Mann, die Steuerung. Nein, jetzt. Das Schöne ist, ich kann da gerade nicht direkt hinziehen. Ich kann da echt gerade nicht hinziehen, ne? Aua. Okay, ich habe mich dazu entschieden, dass wir hier später nochmal vorbeigucken. So. Hier noch eins. So geht's auch. Au. Äh, so. Eine halbe Million haben wir schon mal zusammen. Das ging ja wirklich richtig flink. So. Ich mach die hier gerade kaputt, dass wir die Münzen haben. An sich könnten wir die auch einfach ignorieren, aber... Da ich ja noch auf die 10 Millionen spare... Machen wir das natürlich mal schnell. Äh, komm schon. Komm schon. So. Da ist noch eins. Auch geil, dass wir dann einfach alles wegsprengen. Das ist wirklich sehr schön. Aber ich, äh... Beschwär mich da natürlich nicht. So. Der Millionen kommen wir jetzt auch schon mal näher. Aber wir haben noch kein Minikit. Bevor ich jetzt hier das Level abschließe. Also wir brauchen schon noch ein bisschen. Klappern wir hier erstmal die Sachen ab. Äh... Aha. Der hat uns jetzt 700.000 gebracht. Wieso auch immer. Was war denn das für einer? Führt mich denn dieser Pfeil hin, frage ich mich. Da. Der Typ hier. Der Typ hier. Komm schon, komm schon. Ja, kann ich den jetzt mal... Oh, Mann. Die Steuerung ist echt super. Ah, zwei von fünf. Der... Der bringt uns einfach ne... Der bringt uns einfach 750.000 oder so. Ja, wahrscheinlich 100.000 und das wird dann mal acht gerechnet. Alter Schwede. Das ist ja heftig. Ja, von denen kriegen wir dann anscheinend noch ein Minikit. Dann stoppe ich mir die natürlich. Da ist noch einer. So, drei von fünf. Jetzt haben wir schon über drei Millionen. Alter, wie geil. Da beschwere ich mich natürlich nicht. Da unten ist noch einer. So, Moment. Äh, hier. Hier ist noch einer, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Vier von fünf. Also, ich kann mal kurz anmerken, dass wir unsere zehn Millionen auf jeden Fall schon zusammen haben. Boah. Hier ist noch einer. Ach da. Und unser erstes Minikit und sehr viel Geld. Äh, so. Und noch ein Minikit. Dass ich noch irgendwie... Hallo, ich will das einsammeln. Äh, wie komme ich denn jetzt an das Minikit? Wir haben jetzt fünf Millionen. Wir haben jetzt noch ein Minikit und sehr viel Geld. Wir haben jetzt noch ein Minikit und sehr viel Geld. Ich gucke hier später nochmal vorbei. Ich weiß nämlich nicht, wie wir hier dann kommen. Okay, ich seh mich hier nochmal rum. So. Boah. Wir haben richtig viel bekommen. Das Ding hier können wir noch irgendwie zerstören. Mann, jetzt. Oh, die Steuerung, ey, Leute. Wirklich. Die macht es mir nicht gerade einfach. Ja. Jetzt. Feuer genau. Feuer genau drauf. Hallo. Hallo, bitte. Das ist überhaupt nicht nervig. Alter Schwede. Das Problem ist... Jetzt schießt er wenigstens drauf. Aber wenn hier Flieger vorbeifliegen, dann... Das reicht doch irgendwie nicht. Jetzt. Zwei von zehn. So... Muss ich hier noch landen für eins? Ich glaube... Ja. Also ich muss ja sagen, ich mag das Spiel, aber die Steuerung und so ein paar Sachen nerven da schon sehr. Wobei man... Wobei ich sagen muss, wegen den 100% bin ich schon etwas angespannt, weil... Ich bin ehrlich, ich will dafür nicht zu lange brauchen. Ich mach das gerne. Ich hab Spaß am Spiel, nur um es nochmal erwähnt zu haben, weil sonst wieder irgendwelche Leute kommen und meinen, ich hab keinen Spaß dran. Ich hab Spaß daran. Ähm, nur ist es halt immer ein bisschen... Aufwendig für die 100%. Da oben. Äh... So... Da hinten ist anscheinend noch irgendwas. Und hier... Ich glaub hier am Boden ist nichts mehr, oder? Jetzt haben wir drei von zehn. Ähm... Münzen. Da will ich ja immer noch das Teil haben. Äh... Moment. Ich schieß mich mal kurz nach oben. Ja... Ja... Okay. Hier kriege ich noch ein paar Sachen auf jeden Fall. Äh... So. Unten, rechts, oben, links. Okay, ein Schwimmerbecken, ein Nichtschwimmerbecken anscheinend. Mit einer Darth Vader Maske. Die suchen wir doch. Guck mal, guck mal, hier. Der hast du verloren. Schnapp sie dir. Äh... Moment. Jetzt. Na, komm schon. Jetzt. Und wir kriegen natürlich ein Minikit. Für das ich... Für das ich... Äh... Moment. Wir müssen von hier springen. Sehr schön. Dann seh' ich mich hier nochmal kurz um. Nee, hier oben finden wir nichts mehr. Ich betätige hier mal den... Hebel. Die Teile könnten wir noch irgendwie aktivieren. Ah, ja. Genau sowas hab ich jetzt gesucht. Eins. Na, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Also entweder ich parke fünf von den Dingern da drauf oder ich muss irgendwie schneller drüber fahren. Aber mit den Teilen, äh... Bin ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich schnell. Ach, Mann, ey. Ich seh' mich hier gerade nochmal kurz um. Ist echt wieder etwas ärgerlich. Was mach' ich denn mit den Teilen hier? Die sind ja eindeutig zu langsam. Aber für was anderes sind die ja wohl auch nicht gut. Ähm... Schneller werd' ich mit denen hier auch nicht.